Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein! Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Gruppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke! Mängeln Sie die Brücke! The cathedral is surrounded. Lower your weapon! You cannot win this fight! Für Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Verflucht! Sind Sie verrückt? Wieder ein Schiff! Durch in den Panzer! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Schiff! Schiff! Sherman! Da! Kein Durchschlag! Die Schiffler sind noch mehr! Healthcare! Gurren! Bitcoin! 5%500V! Dynamisch! 5%500V! 28%500V! Hu! Schirmenpanzer! Mit Raketen! Bestellte die Treffer! Peter! Wir sind in der Unterzahl! Wir können nicht gewinnen! Als Maulverräter! Wir dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Dann können wir das aus! Schirmenpanzer! Schirmenpanzer! Da kommen noch mehr Panzer! Da! Panzer! Da! Panzerbücher! Auspassen! Schirmenpanzer! Schirmenpanzer! Wo kam das denn her? Und alle wieder! Jetzt! Wir sind getrunken! Da sind noch mehr! Durchhalten! Was zur Hölle? Feuer aufs Ziele eröffnet! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Scheiße! Wie geht's, Stefan? Stefan, geht gut. Alle Stationen überprüfen und reparieren. Schnell! Die werden sicher noch mal angreifen. Alle Männer auf ihre Positionen. Der hat gesessen. Vorsicht! Artillerie! Die haben uns markiert. In Deckung. Schnell! Zur Brücke, los! Wir können sie nicht mehr aufhalten. Wir müssen irgendwas tun. Das war's! Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kett! 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 Kett!